Ja, hallo Alexandra. Wir sind auch in Hollywood. Hinter sieht man den Hollywood-Boulevard mit dem Walk of Fame. Und Alexandra, wie war denn gestern die Anreise? Also für uns war die Anreise natürlich relativ anstrengend. Aber wir sind alle gut angekommen in Los Angeles. Und wir haben gestern noch eine gleiche Kostümprobe gehabt. Und ja, wir schauen jetzt, dass wir den Jetlag gut umbringen und den nächsten Tag wirklich nutzen können. Okay, und heute geht's gleich los mit dem Training. Was machen Sie denn heute so ungefähr? Ja, jetzt steht einmal ein Filmdreh auf dem Plan. Und dann schauen wir einfach, dass wir am Nachmittag die Probe auf der Bühne gleich nutzen können. Und uns wirklich gut drauf einladen können. Alles klar. Vielen Dank, Alexandra.